hallo heute wieder mal unterwegs streetfood oder streetmarktfestival augsburg nur mit meinem schatz leider kein keiner sonst dabei aber wir werden schauen wie es dieses mal ist ob es was anderes gibt na ja wir sehen uns wenn wir angekommen sind wir sind da hat er mal an der bar gewesen vom chef persönlich ein schlemmer fast bekommen naja und jetzt gucken wir mal was man als erstes probieren ich sehe noch mal richtig gut aus oh knödel geil der erste month ist beendet ohne man kein kampf ja war schon sehr kraftlos und jetzt gehen wir weiter und schauen wir was es sonst noch leckeres gibt auf da kamen gerade die knödel her hoch hilfe da flüchte ich gleich wieder schließlich bin ich ja nicht der vetschinen ja die schoko kebabs sind auch wieder da ich glaube jetzt wollen wir erst mal was zum trinken auch eine cocktailbar ist vorhanden also viel spaß Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, Grill Chicken Burger für die große Schwester von der Patricia. Ja, Grill Chicken Burger für die große Schwester. Ja, Grill Chicken Burger für die große Schwester. Ja, Grill Chicken Burger für die große Schwester. So, genug von der Sauerei da hinten. Nicht, dass hier noch das Video gesperrt wird oder irgendwas. Wir sind hier in Warns. Das ist auf Youtube. Das freut uns aber besonders. Direkt aus Österreich. Oh genau. Das ist ja gestern in St. Johann. Das ist ein Rhein-Gebirge, oder? Ja. Ja. Ihr macht so Youtube-Videos, oder wie ihr euch beschützt, wenn ein Video dauert. Aha, ja, cool. Wie heißt euch? Kanan, oder? Also, das heißt hier nicht so. Okay, okay. Was ist das? Das ist gut. Aber was ist gut? Dankeschön. Einmal Tschüss. Tschüss, Baba. Schau, das sieht voll gut aus. Und wer füttert mich? Ich hab keinen Löffel. Ich hab meinen Burger schon mit dir geteilt. Warte. Ey, Nick. Na gut. Huuu. Heiß. Lecker. Und schon wieder eine neue Idee. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich hab erstmal was zum Trinken organisiert und die Mädels holen was zum Futtern. Ja, da bin ich mal gespannt, was kommt. Ui, was ist das? Ein Juicy Burger. Ein? Ein Juicy Burger. Ja. Okay. Puh. Probieren wir einfach. So, Leute. Das war's dann wieder. Satt gegessen. Das war alles dieses Mal hervorragend. Also, echt top, was die Leute hier abgewiefert haben. Naja. Und jetzt geht's nach Hause. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao.